Jungen Menschen und Erwachsenen Bildung zukommen zu lassen und Ausbildung zu gewähren ist wohl das Wichtigste, das man tun kann. Und darum freut es mich ganz besonders, dass diese Akademie gegründet wird, diese Contento Akademie in der Simmercheck Gruppe. Ich gratuliere dem gesamten Team, die daran gearbeitet haben, diese besondere Leistung zu erbringen. Jungen Menschen Zugang zur Bildung zu gewähren und auch Erwachsenen, die im Berufsleben stehen, ist so wichtig. Im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Sprachen, aber auch in anderen Bereichen. Konstant zu lernen, das ist es, was es uns ausmacht als Menschen. Und darum ist das ein kulturelles Projekt und nicht nur ein Unternehmensprojekt. Ich gratuliere allen, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben und wünsche allen sehr viel Spaß beim Lernen und beim Weiterkommen. Alles Gute! Die Simmercheck Gruppe ist ein österreichisches Familienunternehmen. Wir sind nun seit fast 80 Jahren am Markt und arbeiten mit unseren 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich, Deutschland und CEE für Kunden aus allen Branchen. Wir bieten alle Dienstleistungen der Immobilienservisierung und kümmern uns um Wohlfühlatmosphäre, Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit bei all unseren Kunden. Besonders stolz bin ich auf Contento. Unter dieser Marke bieten wir seit über 30 Jahren Bioküche und Verpflegung auf höchstem Niveau. Mir persönlich sind zwei Themen ganz besonders wichtig. Das sind Bio-Qualität sowie Nachhaltigkeit in unserer Verpflegung. Da lassen wir uns auch sehr gerne messen. Und wir sind umfassend zertifiziert. Ob Bio Austria, TÜV, G&B Kulinarik oder United Against Waste. Und ganz besonders wichtig ist mir das Thema Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte. Das steckt in der DNA unseres Unternehmens. Schon meine Großeltern haben sich ganz intensiv um die Ausbildung ihrer Mitarbeiter gekümmert. Und genauso, wenn auch nicht intensiver, machen wir das auch noch heute. In unserer neuen Contento Akademie bieten wir nun einen ganzen Lehrgang für unsere Fachkräfte. Wir lassen dabei kein Thema aus. Neben fachlichem Wissen und soliden Handwerk setzen wir heute stark auf Innovation und Digitalisierung in der Großküche. Für uns das österreichische Traditionsunternehmen steht Qualität an erster Stelle. Diese erreichen wir mit unseren top ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um dies in der Zukunft auch sicherstellen zu können, haben wir heuer die Contento Akademie gegründet. Hier werden unsere Mitarbeiter ausgebildet in den verschiedenen Bereichen von unseren eigenen Trainern, die in den Küchen selbst als Küchenchefs arbeiten. Wir wollen speziell auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund ausbilden, eine Ausbildungsmöglichkeit schaffen, damit sie auch in unseren Betrieben unsere Anforderungen erfüllen können. Dies gelingt uns einerseits durch traditionelle Methoden, aber auch durch die neuen digitalisierten Methoden, die wir anwenden werden. 1 1 2 2 2 2